Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, Erwachsene, liebe Trommler und Freunde der Musik, heute machen wir den Offbeat. Der Offbeat ist, wenn mein kleiner Freund das Metronom 1, 2, 3, 4 schlägt, versuche ich immer genau dazwischen zu spielen. Das ist nicht so einfach, weil man muss sehr genau sein. Ich spiele 4 vor, du machst 4 nach, okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, und 3, und 4, und 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 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Ta-ta, ta-ta Ta-ta